Halli, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Wirdropper 2 mit dem Gottkönig des Fates und mir. Ja, und du machst mich ganz schön, wie sagt man das, machst mich nass, was man sich viel angeht, das finde ich nicht gut hier. Immerhin, jetzt ist es nicht mehr verdreifacht, jetzt ist es nur ein bisschen mehr wie verdoppelt. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, the tree, let's go. Oh Gott. Äh, Level 5, the tree, wir sind hier in so einem kleinen Ding, wir haben einen roten, was macht denn der rote Knopf? Ich glaube, dass uns der zurückbringt. Oh, bist du hier auch irgendwo, ich seh dich nämlich gerade nicht. Ja, ich bin schon da, ich seh dich schon. Ich hab mal gedrückt, ne? Oh oh, oh oh. Das ist keine gelbe Wolle, das irritiert mich ein bisschen. Oh, fuu, fuu, was? Wo ist die Wasser? Okay, nein. Ich bin gleich am Anfang schon gestorben. Oh, holy Moses, ich hab's bis nach ganz unten gemacht und bin da dann aufgeklatscht. Oh. Oh 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 Gott. Nein. Nein. Hast du was gesehen? Nö, gar nichts. Nur Baum. Baum, der auf mich zukommt. Nur Baum. Oh Gott, nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin im Wasser. Nein. Ja. Nein. Wie nein? Doch. Nein. Doch. Nein. Wo ist hier die Kiste? Jawoll. Oh oh, Wasser. Geh doch sterben, Hose. Geh doch. Nee, geh du doch sterben. Ich hab den Dreh gefunden. Ich hab jetzt den Dreh. Ich weiß jetzt, wie ich fallen muss. Ha ah. Pass auf. Hast du auch geschafft? Nein, aber ich schaffe es jetzt gleich, weil ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen rechts muss und eigentlich dann links, aber egal. Gut, dass du's weißt jetzt, ne? Ich mag dich auch, Hose. Nein. Oh, wie nein. Ich mag dich gar nicht. Du bist gemein. Du bist gut. Bin ich gemein? Warum nicht? Oh Gott. Oh Gott. Nein, wieso immer an diesem depperten, bescheuerten, geschissenen, depperten, dummen Ost. Ost. Nervig. Okay, äh, der Diamant ist wieder sonst wo. Mhm. Ich muss klatschen, weil ich kein Jampo... Wie hast du das denn schon wieder geschafft? Äh. Sag mir das mal. Naja, ich bin auf das Wasser zugesprungen. Das ist relativ easy. Wenn man das Wasser findet, dann... Ja. Nein, 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 nein. Das ist so easy, dass ich jedes Mal an diesem bescheuerten Blatt ankomme. Oh, ich... Das war jetzt knapp. Nee, du lachst. Ja, weil ich die ganze Zeit jetzt auch sterbe. Das ist super. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ich warte dich gleich hierher. Ja, dann kannst du es nochmal machen, ey. Das wäre ja nicht das Problem. Ich such die Kiste. Oh, nein. Ist die da hinten? Willst du mich versacken? Das geht auch gar nicht. Ich meine, sie mal gesehen zu haben. Entschuldigung. Ich komme nicht hin auf die Kiste. Ist nicht. Ich habe die Kiste gesehen. Und ich bin unten. Ja, dann mach du das mit der Kiste. Ja. Wo ist denn der Knopf für die Kiste? Hier hinten. Boah, hier hinten ist in Minecraft immer super. Wenn du... Naja, du musst durch so einen Wald von Kakteen navigieren. Wenn du... Ja, hier, ich sehe dich. Warte, 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 warte. Was am Blumen? Siehst du mich springen? Siehst du mich springen? Nein. Hier, stopp. Jetzt dreh dich, bis du mich siehst. Ah. Hier unten ist der Knöpp. Der Knöpp. Der Knöpp. Ich komme. Also da oben ist ein Pumpkin. Also eine Jack-O-Lantern. Es leuchtet, also. Weiß, der Geier. Ne? Jo. Vielleicht auch dieses Gelbe da. Dieses Nest. Naja, ich habe den schon da oben gesehen. Nein. Denk dran, dass du nur neun Sekunden hast. Und wenn du aufklatschst... Hui. Bist du tot? Was? Was? Nein. Bist du nicht hier gestartet? Nein. Ah. Darf ich den Scheiß jetzt nochmal machen hier? Ja, das findet er jetzt lustig, der Hose. Das gefällt ihm jetzt. Wie lustig jetzt. Ja, super. Ich porte dich jetzt gleich wirklich hierher. Ich schockste mir. Ist dir scheißegal. Weil ich woanders hingesprungen bin. Und ich finde die Kack-Kiste nicht. Das gibt es doch gar nicht. So. Mit Skill hier. Ich habe die Kiste ja schon gesehen. Das könnte... Das könnte... Nein. Du bist schon tot. Troll. Gibt es doch gar nicht hier. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich weiß, wo die Kiste ist. Also, ich weiß ungefähr, wo die Kiste ist. Aber ich muss hier noch ran kommen. Oh shit, das war zu hoch. Das war zu hoch. Oh, ich hasse diesen Jump Boost. Ich hasse diese Map. Hier sind so viele Blumen. Die gehen ja bis in die Unendlichkeit. Ja, vor allen Dingen, der Jump Boost. Irgendwie bleibt man bei dem Jump Boost ständig hängen. Oh, ich habe den Jump Boost gefunden. Ja. Mein Gesicht hat den Jump Boost auch des Öfteren gefunden. Na, spring doch, du Depp. Der bleibt immer das erste Mal hängen, wenn du springst irgendwie. Eine Sekunde noch. Na, das ist zu knapp. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ich habe die Kiste schon gesehen, aber ich sterbe ja da gleich. Ja, ich weiß halt nicht, wie man an die Kiste rankommen soll, weil ich springe zu hoch. Falls die Kiste in diesem Vogelnest ist. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja? Weil falls die Kiste da nicht ist, dann springe ich eh die ganze Zeit falsch. Oh Gott, ich bin schon wieder viel zu hoch gesprungen. Das überlebe ich schon wieder nimmer. Ja, ich werde es jetzt diesmal auch nicht überleben. Boah, doch. Ich bin aber am Ast. Ernsthaft? Ja. Ich versuche da jetzt einfach runterzulatschen. Ja, probier mal, ob du es schaffst. Na, das schaffst du es nicht. Oh, gar nicht, ey. Ich springe ja seit 50 Minuten hier dumm rum. Okay. Ich werde sowas von sterben. Oh ja, ich bin tot. Kann ich nochmal von oben runterfallen? Aber es sieht nicht so aus, als wie wenn es in dem Nest drin wäre. Ja, ist echt nichts drin im Nest. Super, wo ist die Kiste dann? I have no idea. Ich habe sie ja schon mal gesehen. Das ist ja das Schlimme. Jetzt finde ich den Jump Boost nicht mal mehr. Äh, da drüben. Hm. Äh, die muss ja irgendwo sein. Ich hatte sie ja schon mal. Das ist es ja. Oh, 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 ich sehe ein Shield. Was steht hier? Look, a pumpkin. Ah, ha, 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 ha. Vielleicht gehört das dazu, weil man früher auf den Maps ja irgendwie den Pumpkins hinterherlaufen musste teilweise. Das kann schon sein. Ich bin auf alle Fälle im Nest gewesen jetzt. Okay. Was ist denn auf dem Picknicktisch neben dem Baum? Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das ein Picknicktisch sein soll. Ja, das sehe ich jetzt auch nichts großartiges. Oh, 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 ich habe ganz oben auf dem Baum überlebt. Okay. Awesome. Das heißt, ich kann mich jetzt runterfallen lassen. Ich glaube, ist das die Kiste? Siehst du sie? Ich weiß es nicht. Ist das die Kiste? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal auf diesen Picknicktisch zu kommen. Ja, das sehe ich aber auch keine Kiste. Äh, ich befürchte, das wird nichts ohne zu sterben. Das ist schlecht. Ich kann ja mal wenigstens von hier oben gucken oder versuchen zu gucken, ob hier irgendwo eine Kiste ist. Vielleicht, also ich meine, auf dem Tisch ist ein Picknickkorb und das Besteck und keine Ahnung was nicht alles. Vielleicht ist da wirklich irgendwo eine Kiste. Ich springe jetzt mal in den Tod. Und springe jetzt einfach mal ganz hoch und schaue, vielleicht sehe ich es, wenn ich hochspringe. Ich habe auch schon probiert. Ich habe, I didn't, leider see nothing. Nein! Wieso kommt man hier nicht? Ich war mir aber so sicher, dass ich die Kiste sah. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich insofern getäuscht habe und ich einfach nur die Pumpkins gesehen hatte. Ja, das ging mir zum ersten Mal so. Wo geht es denn dann hier raus? Jetzt wissen wir nämlich, jetzt wissen wir, wo war... Äh, ganz unten am Stammbar irgendwo ein Schild, wo es rausgeht. Okay. Warte mal, ich bin jetzt näher dran. Ich sehe aber immer noch keine Kiste auf diesem Picknick-Tisch. Ich sehe aber auch nirgendwo sonst was. Also, hm. Vielleicht komme ich ja trotzdem da irgendwie hoch. Jetzt wollte ich F drücken, um die Taschenlampe anzuschalten. Ich spiele zu viel TTT. Ich habe ein Pumpkin. Ich versuche mal den Pumpkin in der Herzen auf. Er ist doch wahr. Ich kenne das aber, wenn du zu viel Minecraft spielst und spielst dann ein anderes Spiel, versuchst du immer in dem anderen Spiel mit Doppelt-W zu rennen. Ja, ja. Das fand ich immer ganz schrecklich. Minecraft und anschließend Metro Last Light spielen. Oder umgekehrt. Fand ich klasse. Weil es da so ähnlich ging oder ganz anders, oder wie? Ja, da ging es auch immer so. Entweder wollte ich mit Shift rennen, was ja in Minecraft schleichen ist, oder ich wollte in Metro mit Doppelt-W rennen. Das ist ganz ärgerlich, wenn man dann irgendwie... Ja, 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 ich muss jetzt hier ein bisschen Anlauf nehmen, damit ich über die Lavasee komme oder so, weißt du? Pop! Drin. Äh... Geben wir es auf, Hose? Ich habe die Kiste, ich sehe die Kiste. Was? Wirklich? Wo? Die ist auf dem Picknick-Tisch. Tatsächlich? Ja. Äh, ja. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ja. Oh, der... Oh Gott, ja, den habe ich... Okay, ich bin fast auf dem Weg dahin. Fast. Du musst nur irgendwo versuchen, nicht so heftig zu fallen. Schieße! Ich muss suchen, wo ist Knopf. Warst du direkt über mir? Äh, unter mir. Bist du direkt unter mir? Suche ich Knopf. Okay. So, schon. Hab ich, hab ich, hab ich... Ah, der ist auf anderer Seite. Bist du auf der falschen Seite dafür? Falsche Seite. Das ist ganz schön fies versteckt. Scheiße, das ist ganz schön weit hier. Wie komm ich da rüber jetzt? Komm ich hier rüber nix? Auf dem Picknick-Tisch. War aber auch irgendwo klar, ne? Ja, aber erst mal. Was war das? Wir denken nicht so eine scheiß Map aus. Okay, hier ist der Knopf raus. Ah. Shit. Huch. Oh, es wird wieder hell. Das ist aber super. Danke, liebe Fee. Ich brauche die Knopf. Ah, ich found's, der Knopf. Ich hab den Diamanten gleich. Ich bin auf dem Arm, der geht auf den Tisch hier. Wirklich? Ja. Ich bin gleich auf dem Tisch, du. Und ich wollte jetzt zum Knopf rennen, um nochmal zu jumpen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, sei mal froh, dass ich es dir vorher gesagt hab. Schätschen hat jumpen lassen können. Yo, Diamanten. Nein. Ja, wie kommst du hier jetzt wieder runter? Tja. Machst du hier jetzt einen auf Spaßparade und lass mich fallen, oder was? Anni, da warte, da ist ne Treppe. Oder sowas in der Mitte. Sieht sehr lustig aus. Hier sind irgendwie, ne Kasse ist hier. Du kannst auf der Seite runterlatschen, oder? Äh, weiß ich nicht. Ich versuch grad über den Löffel in den Teller. Oh, hier ist nix, schade. Ja, ich fürchte... Ah, ich lass mich aber sterben, was soll's. Was? Ich glaub nicht, dass ich eine andere Wahl hab hier. Obwohl, doch da vorne könnte ich vielleicht runterlatschen. Kannst ja die Seite runtergehen. Ja, warte. I try. Nee, kann ich nicht, da komm ich nicht drauf. Oh, na toll, und jetzt bin ich vor... Ich kann nicht mehr runterkommen. Nein! Okay, I day. I day. Day, ja, I day. I day. Okay. Aber wir haben den Diamant. Sehr schön. Wieder genau, siehst du, jetzt bist du doppelt so fail wie ich. Für den Moment. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich bin schon da. Ah, da bist du schon. Okay, super. Warte. Klick. Ich warte. Da ist er, der Hose. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's in... Oh Gott. Oh Gott, das klingt eklig. Ha, ich hab dich wegteleportiert. Okay. Das gefällt dir. Level 6, Embryo. Ist das wieder so ein Raumding? Oh, na toll. Ich geh mal... Ich lauf dahinter. Ey! Oh Gott, wir haben einen Schwubbeleffekt. Nein! Ich seh nicht. Oh Gott, ist das... Oh Gott! Das ist ein bisschen eklig. Ja, ein bisschen. Neh mal den Block. Oh Gott. Schwubbeleffekt. 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 Spinnfäden gesehen. Okay. Ich nehm mal die Ecke hier. Oh Gott, der Schwubbeleffekt ist doch... Oh, ich hätt's beinahe geschafft. Also hier vorne, der Standpunkt war gar nicht so schlecht. Ja, ich hatte's mit den... Genau, genau, genau. Das hab ich gerade versucht. Oh, nee. Oh, und jetzt bin ich auf der Hand gelandet. Okay. Oh. Oh, oh. Oh, 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 nein, nein, das war scheiße. Jetzt bin ich bewegen sollen. Das war ein Millimeter. Ein Millimeter, ich hab's ganz genau gesehen. Okay. Also, ich weiß ja nicht, wie's dir geht, aber ich seh hier gar nichts ganz genau. Das war schon... Das waren jetzt drei Zannimeter. Zannimeter? Drei Zannimeter. Zannimeter. Oh Gott. Oh, shit. Wird ja jetzt schon übel. Das war die Hand. Ich hätt nicht korrigieren sollen. Ich war doch eh so gut dran. Ich bleib jetzt auf dem Block stehen. Ja, ich korrigier auch nur mit dem Blocken, weil... Sobald du die Übelkeit hast, keine Chance, dass du irgendwas noch hinkriegst. Nein! Nein! So knapp! So, das ist meiner. Ja, ist auch meiner. Das hier wird gut gefahren hier. Oh, shit. Der hat mich verwegt. Was? Ich lau... Was? Oh, oh! Hose, du hast mich... Du hast mich weggeschubst. Ja, hab ich. Absichtlich. Ja. Komm schon, 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 komm schon. Gott. Steht das was ab? Oh, nein! Aber ich war doch... Aber ich war doch drin. Warst du gar nicht? Doch. Ich seh' kein Schmarrn. Falle! Babbel nicht. Ja, doch! Na! Wo ist das denn? Maulen, hallo? Juhu! Nein, aber... Aber... Yes! Yes! Hey! Nachmacher! Ich hab grad die Anleitung... Oh Gott, bin ich hier auf dem Mars mit nem Riesenkind? Lört es auch wieder auf. Eins und vorbei. Okay. Wär beinahe schlecht geworden. Ist das geil. Also hier ist der schwarze Block für den Jump Boost. Na super. Solange man da nicht wieder Schwubbel-Effekt bekommt. Ne, aber hier ist eine Leiter. Oh shit! Warum bin ich nochmal gesprungen? Das war keine gute Idee. Man kann in den Kopf von dem Embryo rein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Das weiß ich auch nicht. So, und jetzt bleibe ich hier und warte, bis mein blöder Sprungkraft weg ist. So. Ich bin auf dem Arm. Ach was. Ich bin auf dem Kopf. Und hier ist ne Leiter. Und hier geht's rein in den Kopf. Oh, ich... Diamant. Oh Jesus. Das sieht aus, als müsste das Kind mal zum Arzt. Warum? Äh, naja. Also wenn du mit in den... In den... Ins Brain kommst. Diamanten hab ich. Aber wenn du mit ins Brain kommst, dann siehst du warum. Es ist irgendwie... Okay. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Gehirn so aussehen sollte. Moment. Ich such den schwarzen Knopf wieder. So. Also du sagst in den Kopf. Auf den Kopf und dann warten, bis der Jump Boost weg ist. Ja, muss nochmal. Uhuhu. 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 Okay, ich hab's geschafft. Uah. Ja, so viel zum Thema. Ich hab's geschafft. Hahaha. Du musst halt, wenn du auf dem Kopf gelandet bist, musst du nochmal einfach warten, kurz, bis der Jump Boost weg ist. Ah, ich seh dich. Wie? Okay. Und jetzt warten. Bis dein... Dein... Kannst du eh drücken, dann siehst du es ja mit Sekunden. Genau. Jetzt kannst du dir mal angucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Gehirn nicht so aussehen sollte, aber... Okay. Guck mal nach oben. Ja, ist ein bisschen wenig. Ist ein bisschen... Ja, also ich bin mir nicht sicher. Wenn in meinem Gehirn erstmal würde mich eine Leiter schockieren und zwei Kisten. Aber... Wenn nur eine Seite hell erleuchtet ist und der Rest ist irgendwie leer. Ja. Wer weiß, ob du nicht auch eine Kiste drin hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht habe, also... Sicher? Ja. Sonst würde ich mir... Schon mal reingeschaut? Nicht wirklich. Oh, shit. Miau. 18 Minuten und wir haben zwei, oder? Zwei Level haben wir gemacht. Ich glaub schon, ja. Den Embryo und den Baum oder was auch immer. Junge, wie die Zeit vergeht, das heißt... Aber hallo. Zeit vergeht auch wieder in der nächsten Folge. Auf einmal ist es Tag. Nächste Folge heißt Brain. Was, du bist schon... Was, du bist schon wieder vor? Nein, bin ich nicht. Das habe ich geraten. Tja. So. Okay, bin ich da. Dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehaut. Tschüss, tschüss. Ciao.